Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge nicht lineare Kennlinien. Dazu schauen wir uns zunächst einmal noch mal Widerstandskennlinien an für einen linearen und dann für einen nicht linearen Widerstand. Dann schauen wir uns zwei Beispiele an für nicht lineare Kennlinien, nämlich die Kennlinien von einem Varistor und einer Tunneldiode. Dann lernen wir das Scheren von Kennlinien kennen, wenn wir nämlich verschiedene Kennlinien kombinieren. Ja, eine einfache Widerstandskennlinie für einen linearen Widerstand kennen Sie. Das ist nämlich kurzerhand die Darstellung des Verhaltens von Strom und Spannung. Und bei einem idealen Widerstand kommt dabei eine Gerade heraus. Und wir können dann an den einzelnen Punkten jeweils Strom und Spannung ablesen. Die Steigung dieser Geraden, die gibt uns den Widerstandswert an. Das ist aber nur im Idealfall so. In der Praxis ist der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung oft nicht linear. Dann können wir natürlich weiterhin das Verhältnis von Strom und Spannung angeben, aber es ist nicht mehr konstant, sondern je nachdem, in welchem Arbeitspunkt wir uns befinden, unterschiedlich groß. Wenn wir das Verhältnis von Spannung und Strom jeweils angeben, bekommen wir den sogenannten Großsignalwiderstand. Eine weitere wichtige Größe ist der sogenannte differentielle Widerstand. Er ist definiert als die Ableitung der Spannungsstromkurve, also Delta U geteilt durch Delta I. Der Großsignalwiderstand und der differenzielle Widerstand haben unterschiedliche praktische Bedeutungen. Der Großsignalwiderstand ist relevant für die Verlustleistung in einem Bauteil. Der differenzielle Widerstand hingegen ist häufig verantwortlich für das Kleinsignalverhalten, beispielsweise in einem Verstärkerschaltung, bei dem wir praktisch nur kleine Spannungsänderungen um einen Arbeitspunkt herum haben. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, zum Beispiel für einen Varistor. Diese Kurve ist deutlich nicht linear. Wir sehen im Bereich des Nullpunktes hat dieser Varistor einen sehr großen Widerstand. Man kann die Spannung anheben, ohne dass großartig Strom fließt. Wenn die Spannung deutlich größer wird, dann sehen Sie, nimmt der Strom deutlich zu. Das bedeutet, dass also sobald eine höhere Spannung anliegt, durchaus Strom durch diese Komponente hindurch fließt. Das Ganze ist symmetrisch. Das heißt, es funktioniert auch bei negativen Spannung genauso. Das ist also für Wechselspannung geeignet. Man verwendet so ein Bauteil, beispielsweise zum Überspannungsschutz. Das heißt, im normalen Betrieb würde man es in diesem Bereich von hier 0 bis von minus 250 bis plus 250 einsetzen. Es würde kaum Strom fließen. Sobald aber auf der Leitung eine Überspannung auftritt, so kann dieser Strom abgeleitet werden und nicht mehr so viel Ärger produzieren. So ein Varistor ist ein ziemlich schnelles Bauelement. Es kann innerhalb von wenigen 50 Nanosekunden von sehr hochohmig auf wenige Ohm zusammenbrechen. Ein weiteres Bauteil, das sehr interessant ist für den differenziellen Widerstand, ist die Tunneldiode. Hier hat die Kennlinie in manchen Bereichen nämlich sogar eine negative Steigung. Das bedeutet, der differenzielle Widerstand ist hier negativ. Das bedeutet, wenn eine solche Tunneldiode in einem solchen Arbeitspunkt betrieben wird, ist dieser Arbeitspunkt sehr instabil. Man verwendet ihn daher häufig in Oszillatoren. Schauen wir uns nun einmal an, wie wir mit solchen nicht-linearen Kennlinien umgehen, wenn wir sie beispielsweise mit einer linearen Kennlinie kombinieren. Dazu schauen wir uns hier einmal an, wie es aussieht, wenn wir zwei Widerstände in Serie verschalten, von denen dann der untere auch noch ein nicht-linearer Widerstand ist. Wir schließen das Ganze an eine Spannungsquelle an und würden gern wissen, welcher Strom denn jetzt fließt. Das Ganze können wir jetzt nicht so ohne weiteres mit einem Spannungsteil also direkt berechnen, denn die Spannung, die an dem nicht-linearen Widerstand abfällt, ist ja wiederum vom Strom abhängig. Ja und der richtet sich darauf wiederum, wie gerade der Arbeitspunkt gewählt ist und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, wir können diese Sache eigentlich vernünftig nur grafisch lösen. Und das will ich Ihnen jetzt einmal zeigen, wie das funktioniert. Wir zeichnen dazu die Kennlinien für den linearen Widerstand RV und die Kurve für den nicht-linien jetzt gehen wir mal davon aus, wir würden einen bestimmten Strom durch die Anordnung schicken. Dieser Strom wäre ja für beide Widerstände der gleiche und wir könnten dann in beiden Fällen die jeweilige Spannung aus den Kennlinien ablesen. Und in diesem Fall würde dann die Summe dieser beiden Spannungen die Summe ergeben an Spannung, die über der gesamten Anordnung abfallen würde. Wir müssten dann also, um diesen Strom zu erzielen, unsere Spannung O0 entsprechend einstellen. Dieses Gedankenexperiment können wir jetzt auch noch für einen anderen Strom machen. Und so erhalten wir dann einen anderen Punkt in unserem Kennliniendiagramm. Und das machen wir eben nicht nur einmal, zweimal, sondern sehr häufig, sodass wir da also eine ganze Serie, eine ganze Schar von Punkten haben und erhalten damit dann mit dieser Schar von Punkten die gescherte Kennlinie für den Gesamtswiderstand, wenn wir diese Punkte verbinden. Jetzt können wir auch ermitteln, wie groß der Strom ist, wenn die Spannung O0 vorgegeben wird. Wir schauen auf der x-Achse, wie groß unsere Spannung O0 ist. Schauen bei dieser Spannung in unserem neu erhaltenen Kennlinie nach und sehen, aha, an diesem Punkt ist unser Arbeitspunkt und dann können wir den Strom I0 ganz bequem ablesen. Ja, meine Damen und Herren, auf diese Art und Weise können Sie dann mit nicht-linearen Größen grafisch ermitteln, wie groß denn jetzt beispielsweise ein Strom in einer W-Rennschaltung ist. Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.